Willkommen zum nächsten Mal. Willkommen zum dritten Teil meiner Übersetzung des CitizenCon 2951 Panels Live in the Verse. Nachdem wir uns im ersten Teil die grundsätzlichen Konzeptarbeiten angeschaut haben, maßgeblich von Pyro, im zweiten Teil uns die Erstellung der Oberflächen und der Wolken insbesondere von Pyro und der zukünftigen Planeten angeschaut haben, der technischen Herausforderungen, geht es heute um die Outposts, die Kolonialisierungs-Outposts, mit denen sich ganz neue Herausforderungen für CRG ergeben haben und die letzten Endes von diesem Startpunkt aus auch auf das ganze Verse ausgerollt werden. Und den ganzen Hintergrund zu diesem sehr spannenden Thema, den gibt es jetzt in dem dritten Teil dieser CitizenCon 2951-Übersetzung. Als CRG anfing, sich Außenposten anzusehen und wirklich von Grund auf zu überlegen, wie man die so gestalten kann, dass sie ein vielfältigeres Gameplay bieten als heute, dass Spieler sie auf verschiedenen Wegen erreichen können, dass es Kampfbegegnungen geben kann, dass es generell Begegnungen mit NPCs, mit Mitspielern geben kann. Da wurde CRG bewusst, dass sie die Art und Weise, wie sie diese Außenposten erstellten, irgendwie neu entwickeln, neu überdenken und neu aufbauen mussten. Sie fingen an, sich anzuschauen, was bereits funktionierte und was nicht und nahmen dann eine Menge Anpassungen vor. In Star Citizen gibt es schon seit einiger Zeit Außenposten. Als die Artists von den Designanforderungen erfuhren, dass sie über eine Neuentwicklung hinsichtlich thematischer Module nachdachten, fingen auch die Grafiker an, über die Outposts intensiver nachzudenken. Wie könnten sich diese Siedlungen optisch anfühlen? Was sollten sie in grafischer Hinsicht aussagen? Und wie bei allen Gameplay-Elementen starten die Überlegungen beim Archetyp, beim ursprünglichen Typ. Es ist die kleinste Einheit, aus dem etwas sehr Großes entstehen kann. In diesem Sinne kann aus einem Outpost eine Siedlung ein Dorf werden und aus einem Dorf eine Stadt. Chris Roberts hat immer davon gesprochen, Außenposten in die Hände der Spieler zu legen. Und so musste CRG darüber nachdenken, wie man so etwas entwickeln und ausgestalten könnte. Wie würden die Spieler in der Lage sein, diese Häuser, Außenposten oder sogar Geschäfte so zu gestalten, dass sie sich immer einzigartig anfühlen, so wie die Spieler es spielen wollen, wie sie es sich vorstellen? Bei all den Überlegungen wurde auch klar, dass CRG-Tools benötigte, sie entwickeln oder verbessern und implementieren musste und dafür sorgen, dass sie in jedem Fall besser funktionieren als zuletzt bei der Arbeit der Outposts für Stenten. Denn dort mussten die Outposts meist auf Stelzen stehen und die Möglichkeiten zur Platzierung aufgrund waren sehr begrenzt. Und überhaupt, Module. Wenn man diese Module miteinander verbindet, wie bekommt man dann etwas, das sich nicht wie ein generischer Baukasten anfühlt? Der Entwurf, den sie sich ausgedacht haben, hatte eine lange Liste von Dingen, die sie in Haps und für Gebrauchsgegenstände, Verteidigung, Energie, Sauerstoff, Lebenserhaltung und so weiter und so fort brauchten. Es war eine sehr lange Liste. Und dann stellt sich sofort die Frage, wie man diese Dinge zusammenbringt, und wie man sie optisch so konsolidiert, dass am Ende alles wie aus einem Guss wirkt. Aber bei allen Herausforderungen ist auch zu sagen, das, was CRG wahrscheinlich am meisten begeistert hat, ist, dass sie endlich angefangen haben, über diese Dinge als einheitliche Siedlungen nachzudenken. Also, ihr wisst schon, den Basenbau. Wie man an einigen Konzepten sehen kann, haben sie absichtlich frühe Erkundungsaufnahmen in dieser halb-isometrischen Ansicht präsentiert, um zu sehen, wie es sich anfühlt, wenn man seine Basis aufbaut, wie diese Module irgendwie zusammenhängen. Und das hat das Team begeistert. Und schließlich dachten sie, in Ordnung, diese Siedlungen werden mehr sein, als nur ein einzelner Outpost, sondern eine Sammlung von Modulen. Um also mit Modulbau und der Modulerstellung fortzufahren, wechseln wir jetzt zu Christian. Und Christian kann ein bisschen detaillierter über den visuellen Entwicklungsprozess sprechen, den CRG für die Gestaltung der Außenbereiche dieser neuen Outposts durchgeführt hat. Jetzt werden wir also ein wenig mehr über die zuvor genannten Module sehen. Als allererstes wurden alle Primitive, alle Primitives und alle primitiven Formen in 3D erstellt. Ein Primitiv ist in der grafischen Entwicklung ein einfaches Objekt, in diesem Falle ein Grafikprimitiv, ein grundlegendes Objekt, das für die Erstellung oder Konstruktion komplexer Bilder oder komplexer Objekte unerlässlich sind. In der Grafik sind primitive, grundlegende Elemente wie Linien, Kurven, Polygone, die kombiniert werden können, um komplexere grafische Bilder daraus zu erzeugen. Zuerst also, erzählt Christian, wurden alle Primitive in 3D erstellt. Wie wir hier sehen können, gibt es eine große Vielfalt. Hier kommt der Kubus ins Spiel. Es gibt den Zylinder und die Kugeln. Wenn Christian zum Beispiel ein Gebäude hier drüben nimmt und es dupliziert und verschiebt, kann er einfach einige der anderen Formen nehmen und sie miteinander kombinieren. Und wir werden später sehen, dass dies einer von CRGs Archetypen ist. Wir können hier also schon sehen, dass es eine Menge verschiedener Eingänge gibt. Vielleicht ein paar Garagen, ein paar kleinere Eingänge für diese NPCs oder für die Spieler. Christian zoomt jetzt rein und plötzlich können wir schon sehen, wie sie auf die Umgebung im Gesamtmaßstab reagieren. Wenn Christian also hierher schwenkt und wir diese Gebäude im Hintergrund sehen, haben wir immer einen Standpunkt aus der ersten Person oder eine Ansicht aus der ersten Person. CRG erstellt nicht nur diese Eingänge, sondern auch kleinere Details und schaut ganz kurz in die Module hinein. Was wir hier sehen können, sind die allerersten Konzepte für die Solarpaneele zum Beispiel oder die auf dem Dach montierten Solarpaneele. Im Hintergrund sehen wir einige andere nette Details, die wir einfach auswählen und an den Gebäuden anbringen können. Und einige der allerletzten, die Christians Team gemacht hat, waren ziemlich genau diese. Das waren also einige der Archetypen und wir sehen, dass es kleine Gebäude für Wohnungen oder Wohngebäude gibt. Es gibt einige Gebäudetypen, die eher kommunal ausgerichtet sind. Es gibt einige sekundäre und tertiäre Gebäude, wie diese Funktürme. Wenn man sich vorstellt, dass man ein Kolonist auf einem fremden Planeten ist, stellen wir uns vor, es gibt mehrere Siedlungen, weit verteilt auf einem Planeten. Wie würden die wohl miteinander kommunizieren? Ein solcher Funkturm ist da naheliegend. Hier haben wir Kühlvorrichtungen. Und dann gibt es noch größere Einrichtungen auf dem Boden, weil man sich in einer sehr feindlichen Umgebung befindet. Man will also seine sehr sensiblen Daten unterirdisch speichern. CRG hat sich auch gefragt, welches Leben man hier eigentlich leben möchte. Vielleicht ist der Spieler eine Art Landwirt? Wir sehen also bereits, dass dies der erste Archetyp ist. Dieser hier ist zylindrisch und es gibt hier und da ein paar Lagerräume. Wo würdet ihr also euren Sauerstoff oder euer Wasser lagern? Gas zum Kochen oder Heizen? All das sind Überlegungen von Christian. Der nächste Punkt ist eher medizinischer Natur. CRG hat sich hierzu wieder mit Materialien beschäftigt. Nimmt man vorhandene oder nimmt man neue? Die Gebäude sind solide gebaut und die Farbpalette ändert sich. Bei einigen dieser Lagergebäude, die in das nächste Gebäude übergehen, werden wiederum andere Materialien verwendet. Es gibt einige Lagergebäude, die nicht in einem großen Lager sind, sondern in kleinere Teile aufgeteilt sind. Man muss in seiner Siedlung herumlaufen und schauen. Okay, hier kann ich Sachen reinstellen, aber wenn ich etwas anderes brauche, dann muss ich dort hingehen. Und es gibt einige Spielereien mit weiten Eingängen und großen Fenstern. Wie reagieren Spieler auf diese Umgebung? Das war nur eine der vielen Dateien, die CRG erstellt hat. Es handelt sich also hauptsächlich um Gebäude, aber auch um verschiedene Dateien für Assets und Requisiten, Einrichtungsgegenstände und wie sie in diesen architektonischen Hauptstil passenden CRG stärker einbeziehen möchte. Das ist zum Beispiel hier eine sehr frühe Version der Raffinerie. Aber all das hat CRG letztendlich die Möglichkeit gegeben, die besten Ideen auszuwählen, die sie für diesen speziellen Kolonialismus-Stil für angemessen hielten. Andere Leute konnten sich dann die besten Teile schnappen und sie in der eigentlichen Spielengine verwenden. Ja, das war so ziemlich die Konzeptentwicklung für den Kolonialismus-Stil und die Kolonialismus-Module. Das deckt ziemlich genau die Arbeit ab, die CRG an den Außenbereichen geleistet hat. Kommen wir nun zu den Innenräumen. CRG musste so ziemlich demselben Iterationsprozess folgen, den sie für die Außenbereiche der Outposts genutzt haben. Aber für das Innere ist es jetzt tatsächlich sogar etwas einfacher. CRG wusste, dass es ein paar Schlüsselbereiche gab, die sie gestalten mussten. Erstens Gesellschaftsräume. Das sind im Grunde diese Art von Gemeinschaftszentren. CRG wusste, dass sie eine offene Küche, Sitzbereiche und Fenster wollten. Ein Bereich, in dem die Leute sich aufhalten und entspannen können und miteinander erzählen. Und dann war da noch der Wohnbereich. CRG wusste, dass es sich um Wohnräume handeln musste. Sie wussten, dass sie Bäder und Wohneinheiten brauchten. Aber auch hier würde nichts vorgefertigt sein. Sie wollten also echte Betten, keine simplen Bettengestelle. Bei diesem Prozess ging es vor allem darum, ein gutes Design zu schaffen, mit dem man sich identifizieren kann und bei dem man denkt, Oh, ich könnte mir vorstellen, hier zu leben. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand über einen längeren Zeitraum dort wohnt. Wohnen, das bedeutet weiche Oberflächen, weiche Formen, aber auch etwas, das sich gut in die Kernarchitektur einfügt. Im Gegensatz dazu, beziehungsweise ergänzend dazu, wurde CRG klar, dass sie sich auch in Richtung der Technik, der technischen Räume orientieren mussten. Sie wissen, dass man in der Zukunft auch Räume haben könnte zur Bodenaufbereitung oder andere technische Räume. Das war eine ziemlich schwierige Aufgabe, denn auch hier ging es darum, trotz technologischem Fortschritt ein Gefühl des Alters und eine Art historische Tiefe zu vermitteln. Sie versuchten es also mit ein paar visuellen Hinweisen, wie zum Beispiel dem Tonbandgerät und den klickenden Tasten, um uns das Gefühl zu vermitteln, dass es sich hier nicht unbedingt um eine moderne Technologie handelt. Und der letzte große visuelle Archetyp war die Technik. Im Sinne von Maschinenräumen, Technikräumen. Das sind die Art von Räumen, die ein Raum mit Energieversorgungskomponenten oder, wie gesagt, ein Maschinenraum sein können oder einige Bereiche, in denen man seine Rüstung reparieren kann, also eine Art Werkraum. Im Grunde ist es eine Sprache, die es CRG ermöglichen wird, eine Vielzahl von Räumen zu erstellen, wie zum Beispiel Technikräume. Und sobald sie eine Reihe von visuellen Archetypen erstellt hatten, wussten sie, ob und wie sie zueinander passen. Anschließend überlegten sie, wer die Leute sind, die die Outposts bewohnen würden. Was sind die Umstände, die sie dazu bringen, sich dort aufzuhalten? Und bei diesen Überlegungen kamen sie auf eine Art Dreieck mit den Eckpunkten des, und diese Begriffe müsst ihr euch bitte merken, des Independent, also des Unabhängigen, des Unabhängigen Bewohners, des Outlaws, also des Geächteten und des Corporates, also einem Menschen, der Teil einer Organisation oder eines Konzerns ist. Sie konnten nun überlegen, wo die Bewohner eines Outposts irgendwo in diesem Spektrum des Dreiecks innerhalb dieser drei Punkte liegen würden. Es ist auch wichtig anzumerken, dass diese Dinge auch für die Outposts gilt, die CRG auf Stanton untergebracht hat. Die Erkenntnisse aus den Arbeiten für die Outposts, für Pyro, sind nicht Pyro-exklusiv, sondern werden die Zukunft des Verse bestimmen und unter anderem wird das natürlich dann auch für Stanton genutzt. Als CRG den Designprozess durchführte, konzentrierten sie sich im Wesentlichen auf Independent, weil das ihre Basis war. Es war sehr einfach, diese Räume zu entwerfen und sie visuell zu gestalten. Ist das zum Beispiel ein unabhängiger Landwirt oder ist es ein unabhängiger Bergarbeiter? Damit wollte CRG ein Erlebnis schaffen, bei dem man einen dieser Außenposten betritt, der sich alt anfühlt, dem man sich zugehörig fühlt, aber der auch nicht repetitiv ist, wie die bisherigen Stanton Outposts. So ähnlich wie, wenn man eine historische Ruine oder einen historischen Hafen besucht, in dem man noch nie zuvor gewesen ist, die alte Farm von jemandem. CRG hat also viel geforscht. Welche Art von Artefakten würde man hier jetzt finden? Wie haben die Menschen in dieser Zeit ihr Haus dekoriert in dieser Zukunft? Man kann in diesen Außenposten der Independence, der unabhängigen Bewohner immer noch Muster, Oberflächen und Formen erkennen. Sogar frühe Versionen moderner Technologien, wie zum Beispiel ein altes Mobi-Glas. Wenn CRG bislang über die Planeten sprach, dann wollten sie einen bestimmten Stil begründen und Points of Interest verteilen, also Punkte unseres Interesses, interessante Punkte zum Erforschen, anhand derer sie die Spieler quasi durch das Spieluniversum führen. Und so setzten sich Dave und Ian und Will und andere zusammen und sagten sich, in Ordnung, was brauchen wir hier? Okay, wir brauchen Bergbauanlagen. Und das hilft dann Ian und den anderen Design- und Grafikteams sich zu sagen, okay, das ist ein Independent-Thema oder ist es ein Corporate-Thema? Oder Outlaw? Das sind alles verschiedene Layer, alles verschiedene Grafikstile, Grafikschichten. Aber in erster Linie heißt es, eigentlich eher in Richtung der Tätigkeit zu gucken, also sich zu sagen, ach, das hier ist Landwirtschaft oder das ist Mining, das ist Bergbau oder das ist ein Fracht- und Handelsposten. Denn wenn man sich etwas wie Payroll 2 ansieht, diesen stark abgewirtschafteten, ausgebeuteten Planeten, dem eine Menge Ressourcen entrissen worden waren, dann wäre die ursprüngliche Infrastruktur doch eine Corporate-Infrastruktur. Aber jetzt, heute zum Spielzeitpunkt, jetzt würde diese Infrastruktur im Besitz von und bewohnt von Outlaws sein oder von Independence. Als CRG über diese Möglichkeiten und Szenarien nachdachte, beschlossen sie schließlich, dass sie eine Art Weltraumkatalog haben wollten, wie so ein Möbelkatalog. Sie haben diesen Prozess durchlaufen und sich gesagt, okay, lasst uns diesen einen unabhängigen Außenposten auf verschiedene Arten entwerfen. Wie könnten die Leute ihn auf verschiedene Art dekoriert haben? Ja, und diese Fragen, das ist ein ziemlich unterhaltsamer Prozess, weil man im Grunde genommen viele Kataloge mit Weltraummöbeln erstellt, die wiederum Möglichkeiten für die Entwickler darstellen, die Spielumgebung später zu bauen und auszustatten. Aber letztendlich soll es auch eine Möglichkeit für die Spieler sein, später ihre eigenen, individuellen Räume zu dekorieren. Wenn CNG über die Outlaw-Version an dieser Außenposten nachdenkt, ist der Prozess sehr ähnlich zu den Independents. Man denkt über die visuellen Regeln nach, die diesen Außenposten zu einem von Outlaws besetzten Außenposten machen würden, der nämlich in feindlicher Absicht übernommen wurde. Sind die Zeichen des Kampfes, sind die Zeichen der Zerstörung noch präsent? Und wie war der tatsächliche physische Akt der Besetzung eines solchen Außenpostens? Wurde er schwer verteidigt von den damaligen Inhabern? Rechnen die Outlaws mit Vergeltung? Haben sie alles mit Brettern vernagelt? Es könnte sich um eine Vielzahl von Situationen handeln. Es könnte sein, dass Gesetzlose hier hausen und sie operieren in diesem Stützpunkt, was ihn zu einem potenziellen Kampfraum macht. Oder es war eine unabhängige Raffinerie, die von Outlaws angegriffen wurde. Die haben alle getötet und jetzt ist es vielleicht ein Drogenlabor. Und schließlich ist dieser Ort etwas, das die Besitzer in der Zukunft weiter ausbauen wollen. Aber nehmen wir an, Besitzer wären Corporates. Dann würde sich das auch auf die Gestaltung auswirken. Der Outpost würde Zeichen und Farben des entsprechenden Konzerns tragen. Und das hat auch Auswirkungen auf Kleidung und Rüstung der NPCs, die man dort erwarten würde. Es gibt also eine riesige Menge an visueller Weltenerstellung für CRG zu tun, um diese Außenposten auf verschiedene Arten im Spiel zu platzieren und zu designen. Nicht zu vergessen auch die Reputation, ganz wichtig. Sie haben zum Beispiel darüber gesprochen, dass, wenn man Missionen für Außenposten von Corporates erledigt, sich das auch auf die allgemeine Beziehung zu diesen betreffenden Unternehmen auswirken muss. Und das wiederum hängt dann wieder mit den klaren Tags zusammen. Vielleicht kommt man gerade von einer Raumstation, die von einer bestimmten Gang besetzt war und man hat den Spieler zu einer Siedlung irgendwo in Pyro entsendet. Und diese Siedlung ist natürlich im Besitz einer anderen Gang. Im Grunde möchte CRG, wenn man dann sich solch einer Siedlung aus der Entfernung nähert, dass solche Gegebenheiten der fremden Gang, was man vielleicht vorher nicht weiß, auch aus der Entfernung einer Siedlung erkennen kann und dass alles durchgängig konsistent ist. Nun, eines der Außenpostenthemen, auf das Ian sehr gerne eingegangen ist, war die Idee eines Handelsaußenpostens. CRG spricht schon seit einer Weile über das Kaufen und Verkaufen, aber wenn man darüber im Kontext von Frontier, also von Grenzszenarien, nachdenkt, ist in solchen Gebieten ja das Geld irgendwie auch wertlos. Es geht also vielmehr um die Fähigkeit, zu tauschen oder zu handeln. Im Grunde genommen dachte Ian also, dass es cool wäre, wenn CRG ein Modul entwerfen würde, das sich um einen dieser Handelsposten dreht. Auf solch einem Planeten an den äußeren Grenzgebieten würden die Leute umherreisen und tauschen oder mit Komponenten handeln und dann zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren. Ians Überlegungen waren unter anderem folgende. Wenn ich eine Farm mitten im Nirgendwo hätte, würde ich dann eine Ladung Credits wollen oder würde ich diese eine Komponente wollen oder auch brauchen? CRG hat die Idee aufgegriffen und weiterverfolgt und sie haben eine visuelle Erkundung durchgeführt. Wie würde ein Handelsposten auf einem dieser Planeten weit draußen im Grenzgebiet aussehen? Wie man auf den Bildern sehen kann, wollten sie den Eindruck erwecken, dass die meisten Dinge um diesen Außenposten herum ziemlich vermüllt sind. Der Platz ist nicht gerade knapp bemessen, es gibt viel Fläche, also werfen die Leute hier ihren Mist einfach nach draußen. Hier rostet was, dort verrottet was, woanders wird einfach etwas überwuchert. Ihren gefällt der Gedanke, dass, wenn wir uns einer dieser Siedlungen nähern, es sehr einfach ist zu verstehen, worum es hier geht und zu erkennen, okay, das ist ein Handelsposten, weil all dieses Zeug hier draußen rumfliegt. Das alles eröffnet einen weiteren Aspekt, nämlich die Charaktere, die dort leben, denn die allgemeine Spielerfahrung bisher mit den Ladenbesitzern ist immer dieselbe und ist sehr konventionell. Was CRG bisher gebaut hat, waren viele Franchise-Geschäfte, echte Unternehmen, die Waren verkaufen, die einen Kundenservice haben und solche Sachen. Die Idee hier ist aber, dass die Erfahrung im Grenzgebiet bei den Außenposten völlig anders ist. Es wird also nicht so ausgefeilt sein. Es wird vielmehr eine persönliche Interaktion mit jemandem sein. Unter dem Strich hat es also wirklich viel Spaß gemacht, mit den KI- und Verhaltensexperten zu sprechen, um herauszufinden, wie genau diese Dynamik funktionieren und sich für den Spieler anfühlen sollen. Ja, das war also ein bisschen was über das Innere dieser Außenposten. Gehen wir nun zu Eric über, der noch einmal detaillierter auf den visuellen Designprozess eingehen wird, den CRG für die Innenräume durchgeführt hat. Eric Gagnon ist der leitende Konzept-Artist bei Star Citizen. Er wird uns das Innenraumkonzept des Kolonialismus Außenpostens vorstellen und ein wenig erklären, wie der Vorproduktionsprozess funktioniert. Das Ziel ist es, ein Innendesign für die Kolonialismus Hotbox Homestead zu erstellen. Homestead ist also ein, im Prinzip ein Gehöft, eine Heimat. Ein Zuhause. Es war das erste Mal, dass Erics Team eine zeitlose Designvorlage erstellen musste. Sie hatten das Ziel, etwas Warmes und Gemütliches zu schaffen. Am Anfang stand diese Konzeptzeichnung von Christian Doretz. Darin sind viele Informationen enthalten, die das Innendesign inspirieren. In diesen Innenräumen gibt es bestimmte Zonen, den Gesellschaftsbereich, einen Ort zum gemeinsamen Essen, zum Spielen, ein Ort für die Freizeit, das Schlafzimmer, ein Ort zum Entspannen, ein angemessener, persönlicher Raum und natürlich ein Raum zum Schlafen. Den Technikraum, die Werkstatt als Möglichkeit, dort draußen zu überleben. Der Technikraum, der geeignete Raum für die Analyse von Mineralien und einigen Elementen des Planeten, der Eingang für die Lagerung von Material und Dingen, die später verkauft werden sollen. Zu Beginn hatte CRG einen Überblick über den Plan, der bei der Gestaltung half. Um all diese Bereiche zu schaffen, mussten sie in diesem Bereich eine Menge forschen. In diesen Skizzen wird das Herzstück an der Decke gebraucht, was eine Leuchte, ein Ventilator oder was auch immer sein kann, beachtet die geschwungene Form des Raumes. Hier auf dieser Skizze spielt Eric mit sehr kontrastreichen Werten und einer grünlichen Farbe. Diese Skizze ist die beste. Lange, vertikale Fenster an den Seiten, die das Licht in den Raum lassen. Nach der Bewertung der relevantesten Skizze machen sie einen 3D-Blockout. Wie wir sehen, lehnt sich diese 3D-Blockout-Skizzierung sehr eng an die letzten 2D-Skizzen an. Auf dem Screenshot des 3D-Blockouts macht Eric eine Skizze mit Grauwerten, die dabei hilft, die Farbgebung besser zu organisieren, um sicherzustellen, dass alle Elemente zusammenpassen und sich zusammenfügen. Danach erstellt er ein 2D-Höhenkonzept. Das ist eine gute Methode, um sicherzustellen, dass alle Elemente zusammenpassen und die Proportionen zwischen ihnen stimmen. Die letzte Aufnahme dieses Bereichs erweckt das Gebäude zum Leben. Das schöne Licht kommt von den Fenstern. Die gemütliche Stimmung haucht diesem Bereich sozusagen eine Seele ein. Ab diesem Punkt extrahieren Eric's Konzept Art-Mitarbeiter die Elemente aus diesem Key-Shot und bauen die Einrichtungsgegenstände ein, um den Bereich genauer zu definieren. Zunächst haben wir hier diesen halbrunden Tresen, der von Danny Shen aus Großbritannien stand. Dieses Konzept ist die perfekte Blaupause für den Beginn der Produktion. Die farbige Beleuchtung von Lebensmitteln ist bei diesem Modell vorhanden. Weitere Aufnahmen von bestimmten Bereichen der halbrunden Küchentheke. Einige Erweiterungen sind erforderlich, um die Absicht der einzelnen Teile richtig zu vermitteln. Alle Details sind da, um einen voll funktionsfähigen Raum zu entwerfen. Für den Schlafbereich ist der Prozess derselbe wie für den Gesellschaftsbereich. Wir erkennen, dass bereits die Skizzenphase essentiell wichtig ist für den gesamten Erstellungsprozess. Hier sehen wir ein Beispiel für eine skalierte Skizze. Ausgehend von einer dieser Aufnahmen erhält Eric's Team eine Freigabe von den Art Directors und Chris Roberts. Und boom! Das ist die endgültige Skizze. Um die Details des Maschinenraums zu gestalten, wird erneut auf die Maltechnik zurückgegriffen. Dieser Prozess ist wiederum der Schlüssel, um die Teams in die richtige Richtung zu schicken. Die Details der Maschinen, der Kabel, des Metalls und der Gitter haben auch wirklich dazu beigetragen, die Atmosphäre des Raums zu vermitteln. Und das gibt auch Aufschluss darüber, was die Spieler tun müssen, wenn sie diesen Raum betreten. Für den Technikraum wollte man sicherstellen, dass die Technologie auch wirklich umgesetzt wird. Auch hier begann man mit der händischen Bemalung, um den Grundton zu bestimmen und stieg von hier aus tiefer in die Farbgebung ein, die Höhe und die letzten Schlüssel. Um das Homestead, das Gehöft, das Zuhause zu einem Lebensraum zu machen, darf natürlich das Badezimmer nicht fehlen und die Badezimmerausstattung, um die Funktionalität der futuristischen Hygiene zu definieren. Zum Schluss kommen wir zum Eingang. Dies ist die erste thematische Erkundung, die Eric für Star Citizen gemacht hat. Das Ziel des Eingangs des Homesteads ist es, zu zeigen, wozu der Spieler Zugang hat und die allgemeine Atmosphäre des Ortes zu bestimmen. Nachdem CIG eine Menge Art, eine Menge Grafik, Kunst gezeigt hat und viel Theorie erzählt hat, möchten sie nun ins Spiel einsteigen und zeigen, woran sie gearbeitet haben. Sie werden euch mehrere Durchläufe zeigen und wie sich das Spiel verändert, je nachdem, was ihr tut und wie ihr mit dem jeweiligen Spiel umgeht. Eine Art Keynote-Light, die ich euch im nächsten Teil, die ich euch im nächsten Teil dieser Videoreihe übersetzen werde. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF, verletzte. Untertitelung des ZDF,